hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge grim legend 3 und die dunkle stadt wir befinden uns hier im bonus teil ich habe so viel material bekommen dass schon fast gar nicht weiß was ich alles damit machen soll also hier brauche ich die tafeln da fehlen mir noch zwei stück dafür da sind die bücher da fehlt mir auch noch ein bisschen was dafür vielleicht schaffen wir es jetzt endlich mal da oben was dran zu kriegen oder wir kommen hier weiter ich habe dass das nein das vielleicht das kann ich die beiden miteinander verbinden nein das vielleicht geht das nein also hier fehlt nur noch eine kleinigkeit die pfeil wird nicht funktionieren das rohrn ja auch könnte ich die mit befestigen bekomme ich dann schon mal wasser was kann ich doch bei dem noch machen weil ich den die ganze zeit noch anklicken kann nein da komme ich nicht so einfach kann ich brauche was anderes noch irgendwo habe ich was wir sehen kann ich noch mal rüberschieben verspalten das horn kann ich auch bestimmt als ihr natürlich okay hier haben ein schild schützensscheibe könnte die hier rein passen nein passt aber wir haben einen nagel bekommen mit dem nagel werde ich annett wasser wasser ist gut das brauchen wir für hier und dann haben wir den wimmelbild spieler drüben yes okay die legen sich alle da drauf dann suchen wir mal schneller so noch ein teil fehlt oder ein teil wir haben die tinte bekommen geil so was machen wir jetzt mit der tinte legen wir natürlich hier ins wasser jetzt haben wir blaue farbe bekommen das ist klar da hat sie es auch erledigt also mit ihm kann ich noch irgendwas tun aber ich habe noch keinen blassen dunst was er ist gestorben also wichtig wenn ich das jetzt angeklickt ich kriege ich das da oben noch wenn ich mit dem schnüche aber das schnur ist nicht lang genug sind nur so fätsche er fätsche das hat was kann sie noch schön wärs das ist irgend so flamme symbol ok jetzt habe ich schon mal eine boge ach jetzt jetzt darf ich das dankeschön aber du musst noch was aber ich kann den pfeil draufsetzen habe ich das schon jetzt kann ich hundertprozentig das abschließen wo sie jetzt sind alles genauso vor meine füße gefallen mit schlecht er ist abgehakt die tinte brauche ich noch für irgendwas da muss ich noch mal gucken das kann ich nicht gucken kann ich die tinte hier oben reinlegen die tinte wird hier oben reingelegt aber erst wenn ich die ganzen symbole habe mir fehlt noch ein symbol wo habe ich das übersehen es ist hier die schon wieder ich lass mal einen tipp geben wo soll man hin bei ihm ach das hängt um der hals das war das war nee oder so ok jetzt müssen wir die tinte hier oben reingeben aha jetzt haben wir das jetzt können wir das da drauf was jetzt muss ich noch was vertauscht die rune um die passenden gleichen zu stellen oh nein das ist zehn minus eins wären neun also hier müsste neun hin haben wir noch irgendwo neun ist keine neun da oder welche rune kann ich kann nur die rune vertauschen gut so ich muss über also ich muss auf die sieben kommen das heißt zwei plus fünf habe ich eine fünfe ja ja minus eins ist sechs also vier minus drei ist drei äh da muss ich sieben da hin nein keine sieben da muss ich sechse hin sechs minus drei ist drei minus eins hm das verstehe ich jetzt grad nicht so gehen die so fortlaufen durch oder was mal ist gleich minus eins warte mal ich glaube die gehen so durch also es wäre dann praktisch zwei plus fünf minus eins ist sechs dann muss hier die sechs minus drei ist drei da könnte ich eine andere zahle hinsetzen du musst du ach du musst doch nicht oh Gott vertauscht die rune müssen fast die gleichen ja klar na komm überspringen das ist mir jetzt echt zu doof das ist ja null erklärung gewesen war null erklärung und ob das geht es jetzt durch zieht es runter also das ist echt zu doof gewesen mit was hat er dann hier das ist das flamme symbol der erste phoenix ist nicht geschlüpft ich bin verwundet der zweite ist versteckt okay dann nochmal zurück wenn er versteckt ist weil er wahrscheinlich hier drin versteckt sind okay ja man kann hier wieder wimmel beschwören das ist für nicht sein mit bruske maske sirenen schweif mondanhänger mondanhänger hab ich gesehen und die korte mann tico also kann man schon weiter kristallkugel haben wir noch gesehen die münze, die flügel, die medusa war da hinten so ist einmal flügel, die knote war da oben zentauer, zentauer ist eigentlich so, korpion, kristallkugel, die russische maske, die russische maske einmal königsei, gleich mal hier drauf legen Öl das ist noch nicht vollständig geschlüpft oh ja ach ne, oder, ich muss jetzt nicht mit dem hammer da oben rumhauen da ist ja das böse kristallkugel, die russische maske, du wirst in diesem regnum immer ne lebe es öfter, und ich lasse dich zurück in deinem Welt ähh, Kamila sehne ich, ich stimme zu, aber ich werde dich bekämpfen wenn du je wieder in unsere Welt auftauchst nein, das ist das ganze, das ganze endet hier und du hast unsere Welt schon lange genug eingesetzt nein, das endet hier du hast unsere Welt genug genug ah ja ok äh, ist raus haben wir das, ist A raus Tritag, oder das ist da äh, das scheint, Tritag ist ja dabei das ist raus, das ist raus, das ist raus, da bleibt nur noch der Kreis und die komische Angel da ist auch nicht raus hm, das ist raus, 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 also bleiben nur noch die zwei ähm, ist der Dreizeit irgendwo ähm, ist der Dreizeit irgendwo ist der Kreis irgendwo ist der Kreis irgendwo hm, der Kreis Hammer ja, letzter Kampf so, Phönix, just do it Fiz 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 Ist das echt? Hat die Koshmar mich gehen? Fiz 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 Fiz